Bewegung, Entspannung, Therapie und Wellness. Das ist Tamaya. Tamaya fühlt individuell, Tamaya ist individuell. Wir bieten das etwas andere Training. Du stehst bei uns im Mittelpunkt. Du als ganzheitliche Person und deine Wege zum gesunden Wohlbefinden. Neben unseren professionell ausgebildeten Gesundheits- und Personal-Trainern betreuen dich auch Physiotherapeuten, Masseure, Ernährungsberater und eine ganze Reihe von Profis bei verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Exklusiv in unserer Gegend gibt es bei uns ein Dr. Wolf Rückentherapie Center, das den Aufbau der wichtigen, tiefliegenden, stabilisierenden Muskeln der Wirbelsäule fördert. Aufbau nach Verletzungen und Operationen, präventive Gesundheitsförderung und sportartspezifisches Training. Schulung der Achtsamkeit oder auch einfach vom hektischen Alltag zur Ruhe zu kommen. Wir geben dir Bewegung mit Motivation, Professionalität, tollem Ambiente und den neuesten Geräten. Sportler und Gesundheitsorientierte aller Altersstufen sind bei uns in Tamaia herzlich willkommen. Wir sind Wegbegleiter zu mehr Wohlbefinden und Fokussierung in deinem Körper. Bewegung, Entspannung, Therapie und Wellness. Das ist Tamaia. Wir sind Wegbegleiter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020